Wir haben eine rechte Rettverteilung und eine Überlebenschance für unsere Veranstaltungs- und... Wir überleben das! Hallo Berlin! Wir wollen heute sehen! Ich habe eigentlich nur noch zwei Sätze in der Zwischenzeit. Wir überleben hier unten, wir brauchen und wollen einen Plan. Und wir wollen hier unten kommen. Wir wollen hier unten, wir sind gleich in der Zwischenzeit! Ich habe eigentlich nur noch zwei Sätze in der Zwischenzeit. Hier! 10, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Die Veranstaltungswirtschaft, das Gastgewerbe und die Kunst- und Kulturbranche fallen noch zweifellos in der Ressort, oder? Achten Sie Ihren zügelnageltes wirtschaftspolitisches Programm. Wir brauchen Hoffnung und Mut statt Angst.